Den Kuss Max steht ein neues Abenteuer bevor. Erst Anfang des Jahres beziehen Peer und Janni gemeinsam mit ihren drei Kids eine neue Bleibe auf Mallorca. Allzu lange scheint es den Schauspieler und die Profisurferin allerdings nicht auf der spanischen Insel zu halten. Die beiden wollen nämlich schon wieder ihre Koffer packen und ihrem Eigenheim den Rücken kehren. Auf Social Media freut sich die Dreifach-Mama. In vier Wochen geht es auf Reisen, Open End. Warum die Familie ihr Haus mit Meerblick und Dachterrasse mit Whirlpool hinter sich lassen will, erklären die beiden nicht. Und auch wie lange die einstigen Adamsucht-Eva-Stars unterwegs sein wollen, halten sich die zwei offenbar offen. Doch eines ist klar, in Sachen Planung haben Peer und Janni aktuell alle Hände voll zu tun, damit ihre gemeinsame Familienreise ein unvergessliches Erlebnis wird.